Herzlich willkommen bei Apothekia Premium. Hier verbergen sich viele Extra-Vorteile für dich. Unter anderem kannst du deine gesammelten Prämienpunkte im Apothekia-Gutschein-Shop in Shopping-Gutscheine umtauschen oder dich täglich in der Apothekia-Vorteilswelt auf die Jagd nach attraktiven Rabatten für Top-Marken machen. Den kostenlosen Service von Apothekia Premium werden wir laufend ausbauen, um dir noch mehr Benefit bei der Nutzung von Apothekia zu bieten. Um Apothekia Premium für dich freizuschalten, musst du nur, falls noch nicht geschehen, deine Berufsurkunde auf unserer Plattform hochladen oder per Fax an uns senden. Alternativ kannst du auch den Code aus deinem Aktivierungsbrief zur eigenen Freischaltung von Apothekia Premium benutzen, sofern du diesen über unsere Webseite angefordert hast. Sobald du für Apothekia Premium freigeschaltet bist, kannst du die Vorteilswelt nutzen und deine gesammelten Prämienpunkte im Gutschein-Shop in Shopping-Gutscheine umwandeln. Melde dich jetzt kostenfrei bei uns an, registriere dich vollständig und erhalte exklusiven Zugriff auf die neue und innovative Vorteilswelt von Apothekia Premium. Das ist Apothekia. Mit Wissen Vertrauen schaffen.